Ich habe neulich ein Video gemacht, in dem ich ein bisschen was über Bass-Tabs erkläre, weil da jemand was nicht wusste. Und unter dem Video hat mir jemand einen Kommentar hinterlassen und zwar Cool, dass du jetzt schon Videos für Schwerbehinderte machst. Und dazu habe ich ein paar Sachen zu sagen. Punkt 1. Klar mache ich Videos für Schwerbehinderte. Also wenn jemand eine Behinderung hat, warum soll der nicht Bass lernen können? Also wenn du eine Behinderung haben solltest und bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Schwierigkeiten hast beim Bassspielen, schreib mich ruhig an. Vielleicht fällt mir da was zu ein und ich kann ein Video dazu machen. Punkt 2. Warum soll man Leute mit Behinderungen ausschließen? Behinderungen sind für mich was völlig Normales. Wir haben selber Behinderungen in der Familie. Ich habe jahrelang als Behindertenassistent gearbeitet. So wie ich deinen Kommentar lese, war das lustig als Beleidigung auf Kosten von Schwerbehinderten gemeint. Finde ich unmöglich. Brauche ich auch eigentlich nichts zuzusagen, oder? Und Punkt 3. Jemanden zu beleidigen, der mir eine Frage stellt, weil der da was nicht versteht. So läuft das hier nicht. Es gibt keine blöden Fragen. Wenn ihr was nicht wisst, dann fragt mich, auch wenn ich das ganz einfach finde. Okay?